Ja. Was war das? Diese Tür da, hat die sich gerade automatisch geschlossen? Sind das elektronische Schlösser? Das wäre aber doch ein bisschen zu Hightech für ein Bürogebäude dieser Ära, meinst du nicht? Bei Kang ist alles möglich. Lasst uns versuchen, sie zu öffnen. Oh, ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Oh, der wird. Hm, vielleicht kann uns hier ein bisschen Schrumpfen weiterhelfen. Schleifte Neuigkeiten. Ein fieser Schläger zu sein ist gegen das Gesetz. Du hast es auf Kingpin abgesehen, was? Tja, Pech. Wenn ihn jemand dingfest macht, dann ich. Ähm, warst du das, Miss Marvel? Ja, klar. Das klang ja wirklich total nach mir. Hm, aber nach Kingpin klang es genauso wenig. Hurra! Problem gelöst! Gut gemacht. Weiter geht's. Gut gemacht. Schrumpfen, das kann sie! Es hat funktioniert. Jetzt kommen wir weiter. Schrauben, das ist ein Schrauben. Ja! Los geht's! WDR mediagroup GmbH GmbH Nicht schlecht. Obwohl es originalverpackt wahrscheinlich mehr wert gewesen wäre. GmbH 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 Ah! Schau! Ich habe euch versagern doch gesagt, dass ihr euch aus meinen Geschäften heraushalten sollt. Jetzt werdet ihr bezahlen. Hammerhead? Dass der sich hier wohlfühlt, hätte ich mir ja denken können. Dieses Gebäude, Kingpins Territorium. Das alles wird mir gehören. Ihr werdet mir nicht dazwischen funken. Noch ein machthungriger Schurke, der die Weltherrschaft an sich reißen will? Ihr hättet nicht herkommen sollen. Das ist eine persönliche Angelegenheit zwischen Fisk und mir. Du wirkst ziemlich aggressiv, Mr. Hammerhead. Hast du es schon mal mit Yoga versucht? Oder mit Meditation? Vielleicht beruhigt etwas Kräutertee deine gestresste Seele. Ich renne euch einfach um, ihr Versager. Und dann habe ich das Sagen. Wann wirst du das wohl endlich in deinen unzerbrechlichen Schädel bekommen? Wir müssen gemeinsam gegen Kang vorgehen. Nicht uns gegenseitig bekriegen. Wir müssen gehen. Um euch aufzuhalten. Ich tue euch einen Gefallen. Nein, danke. Wir kümmern uns hier um die Entmachtung des bösen Gangsters. Ich kann da nichts sagen. Und Hammerhead hat hammermäßig Spaß. Das müsste Kingpins Büro sein. Das ist ja eine tolle Büro-Party! Wo steckt Kingpin? Willkommen bei der Party, Freunde. King hat vorgeschlagen, dass ich bei der Bürgermeisterwahl antrete. Natürlich habe ich gewonnen. Schicker Anzug, Matt. Du kennst diese Dame? Ihre Stimme sagt mir nichts. Noch so ein Zeitlinien-Ding. Wie nett, dass ihr zu meiner kleinen Siegesfeier gekommen seid. Wie ihr seht, habe ich eine strahlende Zukunft vor mir. Mann, das sind aber grelle Scheinwerfer. Es muss doch eine Möglichkeit geben, da vorbeizukommen. Ran an die Arbeit. Gefällt euch mein neues Auto? Unser herrlicher neuer Anführer hat es mir geschenkt. Herrlich? Was ist denn mit dir los, Fisk? Der Kingpin, den ich kenne, teilt seine Macht nicht. Ha! Wenn die Zeit gekommen ist, der Deppe. Wenn ich jemandem in den Rücken fallen will, muss ich zunächst jemanden vor mir haben, nicht wahr? Ich werde Kang früher oder später erledigt. Euch allerdings. Sofort! Abschnitt. Bходит. Entw 맘 der Lücken, sie hat sich vend стал. Abschnitt. Entwдо! Der wirklich lech lábode zu fangen. Damit viele Leidige bleibt mir«, subscribe die Pfle auf! Aushing可是 werden sollte01. Ah! 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 Komm schon! Nass! Geh! Geh! Was ist das? Narn! Er wagt es, dem Kingpin zu trotzen? Na klar. Trotz ist mein zweiter Vorname, Fisk. Hoa! Da bin ich aber gespannt. Geh! Ah, Christian! Angreifen! Jetzt, wo ich der Bürgermeister bin, seid ihr Helden, Waldgeschichte! Aber du hast nur gewonnen, weil Kang seine Roboter darauf programmiert hat, für dich zu stimmen, stimmt's? Also, ich... ich krieg dich, Spider-Man. Du öffentliches Ärgernis, du Landlage! Jetzt mal im Ernst, wisst ihr schon, wie ihr euer neues Team nennen wollt? Kang Pin oder King Kang? Nein! Nein! So viel zum Stoff, aus dem die Träume sind. Das wirst du bereuen. Ich verstehe keinen Spaß, wenn jemand versucht, mich bloß zu stillen. Wartet. Diese Musik. Woher habt ihr gewusst, dass das mein Lieblingslied ist? Wartet ab, bis das Lied zu Ende ist. Was sind denn das für die Nielen? Wartet. Wartet doch. Deine Amtszeit ist vorüber, King Pin. Holt mir Kang an die Stippe! Er hat mir Schutz zu besichern! Ich finde, wir haben hier zu viel Zeit verbracht. Was glaubt ihr, wie ich mich fühle? Oh, kommt schon, Leute! Spaß muss sein! Hm. Oh, kommt schon, Leute! Excelsior! Zeit, deinen Teil der Vereinbarung einzuhalten fest. Ist gut. Prima. Auf ins mystische Land kann lang. Ich geh dann mal nach oben. Ihr wisst schon. Nachsehen, ob sie schön aufräumen. Tschüss! Schön, dass er bessere Laune hat. G-Halt war auch fleißig. Komm schon! Langsam bin ich aber mal dran! Willst du uns wirklich nicht nach Kunlun begleiten, Daredevil? Der Fisk Tower ist erst der Anfang. Die übrigen Defenders müssen diese Version von Manhattan befreien. Wir könnten aber Hilfe gebrauchen. Wenn es ums Befreien geht, bin ich dabei! Einwander! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Untertitelung des ZDF, 2020